Hier könnte eventuell gewesen. Ich tue mal trotzdem die Fackel, jedenfalls hier später was bauen. Was ist denn hier? Ob ich schon ein Geheimnis entdeckt habe? Ich entdecke alle Geheimnisse in Adventure Maps, weil ich Skill habe. Ich bin im Kreis gelaufen, ich bin ja so intelligent. Da geht es aber weiter. Lässt du mich wohl los? Dieser Verrückten. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich habe ja hier... Erstmal. So. Ich hätte ja hier, ne, da die Möglichkeit. So. Steine. Was ist da? So dark in here, I'm gonna die. Was erwartet uns denn da? Gar nichts. Doch, dahinter ist bestimmt irgendwas Interessantes. Ich sehe das. Ich sehe, was du hier getan hast. Okay, cool. Ganz viel Kohle. 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 Kepische Kohle. Ah, Creeper. Oh, habe ich mich erschrocken. Diese kreischende Mädchenreaktion von mir auch immer, wenn es um Creeper geht. Geh weg. Mag dich nie. Ups. Dammte Axt. Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. I do like these Creeper Pursions. Aber das ist ganz viel Kohle, die ich haben will. Hä? 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 Geräusch? Komisches Geräusch. Spawner-Geräusch. Dungeon-Geräusch. So, jetzt machen wir erstmal... Ah, da kommt ja schon der nächste Geselle. Da ist bestimmt ein... Wah. Wah. Gehen sie weg. Gehen sie weg. Gehen sie weg. Gehen sie weg. Ich will nix. Ich mag sie nicht. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Da kommt bestimmt gleich der nächste angehübt. Kommen die überhaupt her? Hallo? Na? I'm afraid of monsters. Wo kam der überhaupt her? Wir sind ja hier hochgekommen. Ach, durch das Ding da. Machen wir es mal weg. So, jetzt gucken wir uns um. Erde, Erde. Sehr gut. Das bedeutet, wir können uns hier schon mal Bäume anpflanzen. Müssen den Baum da gar nicht fällen. An den Bäumen, ja. Haben ja genügend. Bauen wir uns nämlich erstmal unser Basislager auf. Während es draußen sowieso schon Stocknugel ist. Wir haben super viel Kohle hier, also... Die Map ist kohletechnisch wortwörtlich zugeschissen. So, wo sind die ganzen bösen Gesellen? Warum ist es hier so lila? Hm, was ist das? Das ist Obsidian, ne? Okay, dann kommt es bestimmt hier. One-Stop-Zombies, Mumiengeister finden endlich ihren Meister. Was wollen die hier? Hey Mona, sie ist ein Vampir. Hey Mona, ein netter Vampir. Hey Mona, sie ist nicht du und ich. Ja, aber irgendwie... Entschuldigung, ich muss zu dieser Musik natürlich nicht unbedingt jetzt gerade falsch singen. Ja, ist ja auch gut. Model of Brains. Hallo? Da ist doch irgendwo einer. Ach, verdammt, ich klemme fest, ich klemme fest, ich klemme fest, ich klemme fest. Oh, da ist ein Creeper. Also da ist ein Creeper. Ich mach erstmal hier die Viecher da weg, so. So, jetzt darf ich keine Angst mehr haben. Ach komm, die paar Viecher hier, die tun mir doch nix. Aber wo ist der? Wo ist der fiese Zombie, Mann? Kommt der hier, der Zombie an? Doch nicht. Ich dachte, da kommt der Zombie an, der fiese, böse Zombie, Mann. Da drüben lacht mich ein Creeper an. Ja, ja, freu ich mich ja schon drauf, wenn ich dem begegne. Aber ich hab ja nicht auf normal gestellt, der sprengt mich ja nicht so böse. Ach, da ist er ja. Ach, allöchen. Na, die Herrschaften, was machen sie denn da unten? Denken sie, dass das ums Tisch kommt? Na, guten Tag. Freut mich. Ja, freut mich. Freut mich außerordentlich. Was kommt denn hier unten? Das ist doch richtig Party. Aber sind sie gleich zu dritt? Warum bin ich nicht eingeladen? Unverschämtheit. Gehen sie davon. Belästigen sie mich nicht mit ihrem Anblick. Verschwinden sie bitte. Das ist meine Höhle, habe ich gefunden. Ich weiß, die waren zuerst da, aber ich bin Hausbesitzer und so. So, da sind noch mehr vermutlich. Ich glaube, das habe ich erstmal ausgeleuchtet, ohne zu Genüge. Da hinten ist schon der nächste Creeper. Also, die Höhlen sind auf jeden Fall alle sehr, sehr, sehr liebevoll ausgestattet. Mit sehr viel liebevollem Tod. Ich mache mal so, dass hier erstmal kein Viech hoch kann. So. So, dann widme ich mich mal dem so abbauen und so. Verstehst du? Super. So viel Kohle. Ich habe irgendwie Angst, dass es einen Grund hat, warum diese Maps so viel Kohle besitzt. Man stelle sich vor, ja, es gibt einen Grund, warum es hier so viel Kohle gibt. Man stelle sich vor, wir brauchen Fackeln. Oder, ja, keine Ahnung, kohlebetriebene Eisenwagen. Oder kann man sowas in Minecraft überhaupt noch machen? Gab es das nicht mal, dass man die mit Kohle betreiben konnte? Dass man die irgendwie so anschieben konnte? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es wird noch einen Grund geben, warum wir, warum wir hier drei Stunden lang Kohle abbauen können, ohne dass uns da die, ja, damit uns der Gesprächsstoff ausgeht. Das ist es, der Grund. Damit man völlig frustriert rausgeht und vergisst, was man eigentlich hier machen wollte. wird man völlig alleingelassen, mit der eigenen Philosophie hadert, vergisst, wer man war und wieso wir hier gelandet sind. Wieso ein Lavasee, ganz alleine? Und was passiert, wenn wir alle Wollblöcke gefunden haben? Ich weiß nicht. Wo? 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 Wo ist der? Wo ist der? Aha, da sind sie. Nein, ich habe mit ihnen noch eine Rechnung offen. Joach, stecken sie fest, sind sie tot. Ach, ist ja blöd. Ach, sowas blödes aber auch. Ach, in die Fresse. Guck mal, voll rein. Pam. Da hinten kommen noch so viel mehr. Da steckt noch ein Zombie fest. Ich sehe ihn. Ich sehe seinen toten Beine, wie sie sich versuchen, aus den Spinnenweben zu befreien. Okay. Ne, ich wollte es mal ein bisschen dramatischer machen. Das ist ja hier so mehr so mittelspannend bis unnötig. Hey, guck mal, Kohle! Aber schon später. Hey! Der ganze Boden besteht aus Kohle! Ich habe irgendwie das Gefühl, das soll uns was sagen. Es soll uns einen tieferen Sinn mitteilen, ne? Das Kohle im Leben symbolisiert den Pfad des Wiederaufstiegs in die Gesellschaft. Ich weiß noch nicht, was das jetzt für ein Scheiß ist, Michelaba, aber wenn man das in dieser entspannten Hippie-Manier sagt, ne? So, als hätte man zu viel Joints geraucht, dann glauben einem immer alle Leute, das ist alles schlauer, was man sagt. Irgendwas voll Philosophisches ist, was sie einfach nicht verstehen. Hm, da kommt schon der erste Creeper. Auch dessen Leben, ja, ist geprägt von einer Philosophie. Wo geht er denn hin? Ich glaube, er will nicht mehr mit uns befreundet sein. Er kündigt bestimmt seine Anfrage auf Facebook gleich. Ja, auch das gehört zum Leben dazu. Diese Möglichkeiten muss man akzeptieren. Ich habe bald kein Holz mehr. Also ich habe noch gar kein Holz, ne? Also so ohne Holz ist schon schlecht, weil... Ich kann nicht immer aufhören, so zu reden. Das wäre schon toll. Und da geht es noch weiter. Ja, da ist so richtig viel, ne? Da ist Polen offen, habe ich so das Gefühl, ne? Guck mal, ich hau dem voll in die Schädelplatte. Das tut bestimmt weh, ne? Ja, das Symbolisierte jetzt, ähm, Tod, Leid und Krieg. Ja, so kann man auch alles rechtfertigen. So ein paar philosophische Gedanken. Geht so richtig fett weiter. So, dann baue ich mir mal hier so einen intelligenten Auf-Abstieg. Also so einen gesellschaftlichen Abstieg. So, dann komme ich hier wieder hoch, ne? Scheiße, dann komme ich aber nie wieder weg. So, komm hier dann. Weil wenn wir hier nochmal hin sollen und dann 3000 Trillionen Tonnen an Kohle abbauen müssen, in... keine Ahnung warum, dann, dann, dann sollte man dafür sorgen, dass man hier unten, wenn man hingeht, möglichst safe ist. Was man jetzt wahrscheinlich hier nicht ist, doch hier safe. Ich habe auch nicht mehr so viele Fackeln, das sind nur noch 44.799. Wir gucken, wir haben schon mal draus geschossen. Ich schwör's doch. Das geht so nicht, das kann ich nicht akzeptieren. Guck mal her, hier. Wolle. Hier ist nix. Glaube ich. Aber hier muss irgendwas sein. Ich höre die Gesellen der Nacht und der Finsternis. Versteckte Spawner, die ich noch nicht gefunden habe. Meine Erfahrungspunkte, ne? Schon mal so nebenbei erwähnt haben. Ist nur alles meins. So, jetzt weiß ich nicht, ob Tag, ob Nacht. Ob Licht, ob Wachen, ob Tod, ob Vernichtung. Ob Leid, ob Krieg, ob Pestilenz. Ich hab so ein bisschen Angst hier vor. Huh, hallo? Ich lass das mal offen da, ne? Komm ich von da oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab mich, ja, ich komm von da. Gut. Ähm, den Sand da will ich bitte nicht antatschen. Macht bitte auch niemand anders, ne? Ist klar. Also der Sand wird nicht angefasst. Jetzt brauchen wir nämlich erstmal, das ist doch das Holz vom Baum oder wir müssen uns zumindest ein Haus bauen. So, von hier kamen wir. Okay, dann geht's bestimmt hier auch noch irgendwo hin. Und hier der Sand, der sieht auch so danach aus, als ging's da noch irgendwo hin. Ich baue das mir dazu, damit mir hier nicht irgendwas, ja, auf den Kopf läuft. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also, ich hab das nicht gern, wenn mir auf dem Kopf läuft. Das find ich nicht sehr sozial, also... Bin ich unzufrieden mit der Gesamtsituation, so. Hier ist ja nix, ne? Nur 1000 Trillionen Spinnen, wem die keine Sau brauchen. Alter, ey. Wir hatten das letzte Mal hier sauber gemacht. Ach, das ist schon Tag. Das ist gut. Wahrscheinlich renne ich jetzt da oben in den nächstbesten Creeper und bin Instant Death. Aber das kennen wir ja schon. Komm ich überhaupt raus? Ich will doch was. Bam, 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 bam. Ich bin erhaben über die Welt! Da ist ja niemand. Ach so, ich dachte. Schade! Ich hätte jetzt gerne so ein Skeletze von oben einfach so auf den Kopf gerotzt. Ja, dann bauen wir das mal wieder ab. Also jetzt nicht komplett, sondern nur ein Stück. Dann machen wir da nämlich Leitern dran. Wenn wir dann da endlich mal Holz haben.